so, dass man die nur so ein bisschen sieht und dann lehne ich mich so an und dann denken Leute, ich habe eine Verletzung. Also ich habe eine Verletzung, aber die sehen das dann. Frag mich mal wegen meiner Verletzung. Oh, was ist da passiert? Was genau meinst du? Was meinst du? Was meint ihr? Was denn? Da an deiner Schulter? Hä? Was meinst du? Ach so, das Pflaster. Ja, ja. Also ich dachte, du meinst das da. Nee. Oder meinst du das? Da. Nee? Ah, hier. Ja, da habe ich, äh, hier. Komm, ich halte die Fresse einfach. Original. Original.